und ein herzliches willkommen zurück zu meinem teil von super mario maker 2 auf nintendo switch mit real lexus sein welten die er mir gebastelt hat ich habe schon letzten tage vorher gesagt wir arbeiten ja doch so ein bisschen zusammen ich meine wir sind noch kleine youtuber und wir müssen uns doch noch so ein bisschen pushen unterstützen gegenseitig und das machen wir hier mit und ja dann schaue ich mal call master kurz und knackig auch wieder mit nah münzen sammeln dings da gibt euch ein acht es gibt einen rekord viereinhalb minuten das ist lange schauen wir mal ob man da was hinbekommen kurz und knackig sammle alle zehner münzen sechs stück und erreicht das ziel ok da geht es noch nicht hin nach links logischerweise dann wohl auch nicht nur ganz ehrlich das rufe gibt mir langsam auf nichts gegen dich logischerweise relexus ok komme ich nur wieder hierhin zurück gibst du diese welten hier brauchst du doch nur weil du es liebst wie ich immer wie verrückt rumhüpfen mir kopfschmerzen bereit wie bei mario nett das ist mir auf ja Oh, 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 oh. Oh, komm, da hat er sich doch immer so kaputt gelacht hier. Okay, jetzt aber wirklich. Scheiße. Oh, dieser Kackstein. Ich drücke nur ganz leicht, Drehlexus. Es ist ja jetzt nicht so, dass es doch so einfach wäre, da durchzuhüpfen. Selbst wenn man nur leicht den Sprungknopf drückt, funktioniert es nicht so ganz. Geht doch. Oh, unter Wasser. Das habe ich nicht auf den Weg geachtet. Oh, Astaun. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, da bin ich wieder zu fett im Bild. Ah, nein, es war falsch. Ich frage mich nur immer, was du dir alles so dabei denkst, wenn du diese Welten baust. Dingel, dingel, dingel. Okay, jetzt schon mal keine Falle. Tja, ob die Tür diesmal wieder eine Falle ist oder nicht? Ich weiß es nicht. Baut gerne eine Tür mit Fallen ein. Schneller vorwärts kommen geht nicht, ne? Warum macht man sowas? Herr Lexus, wieso macht man sowas? Ich meine, die Musik ist ja echt süß, ist echt nett. So schön beruhigend. Dingel, dingel, dingel. Ach komm, runter mit dir. Jetzt sollte ein bisschen mehr ergodynamisch sein. Ich glaube, hier unten war nichts mehr, ne? Habe ich jetzt leider nicht mehr so wirklich drauf geachtet, ob da unten noch was ist. Nicht zu tief rein. So, hier unten war nichts mehr. Los, schneller Mario. So, hier unten konnte man nicht mehr gucken, ob da noch was ist. Da, siehst du, da haben wir wahrscheinlich die Falle. Okay. Haha. Na, super. So, somit sind wir wieder hier im Wasser. Immer wieder interessant, wie lange eigentlich Mario seine Luft anhalten kann. Das habe ich zwar so gemacht, damit man hier Zeit verliert, oder? Also, der Hintergrund sieht ja schon sehr schön aus, oder? Nein! Falsch. Nein! Falsch. Nein! Na, ich bin mal ganz schön. Ich bin mal ganz schön. Ich bin mal ganz schön. das reizte gewitter im hirn stimmt denkt sich mache immer wenn ich seine wenn ich immer die welten von real lexus anklicken und nicht schon wieder mein kopf endlich ist meine schwere gehende schilderung abgeklungen schon wieder darf ich diese welt spielen gehe da rein nicht zu tief ok schnell der schwimmen geht irgendwie nicht Jetzt sicher lande ich in der Sackgasse. Okay, ne, bis jetzt noch nicht. Da auf der Rückseite. Nee, hier kann man nicht durch. Hätte sein können, dass man hier irgendwo dann um die Welt herumschwimmen kann, um da auf die andere Seite gehen zu können, um die Münze zu holen. Das war mir so klar. So, da sind wir wieder. So, jetzt weiß ich nicht. Komm, wir gehen mal hier an den Rand entlang. Mal gucken, ob das auch eine Falle ist. Ja. Schade. Weißt du, das Schlimmste ist ja in solchen Welten, diese ruhige Musik. So, jetzt müssen wir natürlich wieder aufpassen. Das geht doch. Ja gut, wir müssen aber erst mal darunter anscheinend. Ja gut, ich muss ja da aufpassen. Ja gut, ich muss ja da aufpassen. Das schaffen wir's. Wie eine Münze. Nein, nix. Da hoch können wir auch nicht lang. hätte sein können dass man hoch können ist nicht dafür gedacht hey wir haben alles jetzt fragt sich nur wo das ziel ist irgendwann am rand auf jeden fall ist es dein ernst so wir haben es schon wieder fast immer wieder hier was machst du mit mir lexus wie soll ich denn so weit kommen hmm 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 Oh, oh, oh. so ich würde sagen na gut wir sind noch mal 15 minuten das ist der letzte versuch das ist noch einmal mit irgendwie weitsprung oder sowas fertig und dann keine ahnung wie ich soweit springen soll ich war ja schon am rennen von daher darf ich nicht warum ich da nicht durch kam so wir sind wieder eine oberfläche ja 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 keine ahnung wie ich soweit springen soll ich weiß es nicht ob der da einen speziellen trick hat aber gut okay das war sie wieder freute mit von der gemis als hobby tut mir lexus zweite welt die ich nicht verenden kann oder auch nicht mehr verenden möchte das rumgehüpfe das nervt mich so langsam ehrlich gesagt also die labyrinth welt ist hat so eine geschmackssache meine ist es nicht ich hüpfe lieber einen richtigen welten rum aber gut so eine welt die ich von dir nicht geschafft habe und ja freut sich nass ab okay ich gebe dir auf jeden fall trotzdem ein like ist ja klar und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten tal wieder zum bei super mario maker 2 auf der nintendo switch mit mir von der gemisatz hobby vielleicht mit unserer nächsten welt mal gucken ob das auch labyrinth sind wenn ja wer weiß aber immerhin eine welt haben wir bis jetzt geschafft im letzten tag haben wir ja gesehen die war da wirklich kurz und knackig aber die hier ist nicht kurz und knackig weil es ist sehr langwierig gerade im wasser so beruhigend aber man kommt auch nicht wirklich schnell voran und ja das ende halt eben irgendwie mit diesen ewig langweiten springen irgendwie raff ich das nicht keine ahnung ich nehme anlauf mit weit sprung funktioniert sich mit normal sprung funktioniert es nicht wobei ich glaube einmal probiere es noch vielleicht weiß ich jetzt wie es funktioniert machen wir nochmal neustart immerhin ist jetzt schon ziemlich viel zeit rum so wir sind wieder an der oberfläche bei den welten kriegt man echt platzangst die wände die als ständig um einen herum sind wo man nicht normal gucken kann als mario so also ein versuch noch jetzt ist ja nicht gehüpft die trägt und einen letzten versuch würde ich sagen jemand sieht kann ich ja doch irgendwie nicht aufgeben komm schon das darf doch wohl nicht wahr sein also wie nah an der kante soll man denn noch weg springen also lecker ne das war es ok also wie gesagt das war es hier mit von der gamblers als hobby look at the world on my channel von der youtube aber ich werde es natürlich nicht schaffen weil ich einfach nicht über diese diesen abgrund komme keine ahnung ich weiß auch nicht danke leere lexus für die nerven zerreißenden rumgehüpfe und rumgeschwimmen und kopfschmerzen bei mario zumindest der arme tut mir leid und äh ja guckt dann bei ihm vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten mal wieder oder wenn er zum beispiel weitere let's plays macht mit meinen weiten welten die ich ja noch habe beziehungsweise meine super welt mit piranha pflanzen die hat er ja nicht geschafft außer die erste glaube ich die hat er geschafft ich weiß gerade nicht mehr und ähm vielleicht schafft er die auch alle da mal also die super welt dann ne und äh ich bin ja schon hab ja auch schon andere neue welten die habe ich aber noch nicht hochgeladen mal gucken also könnt ihr bei ihm dann auch meine welten sehen meine rache in der hinsicht allerdings keine labyrinthe sondern normale welten wo man so versuchen muss durchzukommen ohne kopfschmerzen in der hinsicht dass man alles einen auf den decken gekriegt aber gut okay vergesst kein abo und abo und äh schaut bei reilex vorbei bis dann auf wiedersehen tschüss bis dann das